ein ein wir werden uns loschen gut die machen auch immer die wollen ja immer so gut jetzt doch geht das in der Schau und Toilettpapier und so weiter und die war komm geht mal komm geht mal zum Stellplatz soll ich dir mal leckerchen geben da stehen die voll drauf warte mal Guck mal eben welche! Guck mal! Baby! Guck mal! Hier, guck die mal! Dann knüten wir mal ein bisschen an Bundi schon! Bumm! Ja mal gucken! Nicht ich! Mein Stefan hat die lecker! Die musste die unter die Nase halten! Und dreifach sie nicht! Was weiß ich jetzt? Oh, ein Rotkeletchen! Hey, ich hab die nicht mehr! Was weiß ich jetzt machen könnte... ...der Mama! Das ist auch dann.